Hi, wir sind die Band Orenpost aus Münster und machen deutschen Gitarren-Glocken-Pop. Ich bin Chrissy. Ich singe in der Band und spiele Glockenspiel, so ein bisschen, und Ukulele. Ich bin Johnny, ich spiele Schlagzeug seit letztem Jahr und unterstütze die Mädels bei den meisten Konzerten. Die Stadt ist wie ein einziges Rauschen, doch wir brechen aus und schweben davon.